so und damit er lohnt herzlich willkommen zurück bei einem weiteren meilenstein wir haben jetzt nämlich die schwertherstellung gerade freigeschaltet ein neuer meilenstein ja ansonsten ja bin ich dabei hier weiter aufzurüsten dass wir zumindest schon mal hier die ganzen barrikaden in stein haben aktuelles erntesaison deswegen machen wir gerade noch nichts hatten gerade einen räuberangriff ich habe ein bisschen nach eseln gesucht davon haben wir jetzt wieder ein paar und wir haben gerade einen dolmen auf fertiggestellt ich wusste gar nicht dass ich noch einen auftrag gegeben hatte aber gut hier ist noch einer auf dem weg zum transport ich weiß gar nicht da hinten kommt da so dann haben wir nämlich dann auch unsere zweiten dolmen so gut wie fertig vielleicht haben wir auf jeden fall genug wegen unseren schweinen ja es sieht ein bisschen fleckig aus weil ich erstmal durch die löcher stopfe und dann schritt für schritt natürlich weiter ziehe und ziehe und ziehe ist ja ganz klar so wir erstmal ernte zeit und ich hoffe schaffen das jetzt noch wäre zumindest uns sehr sehr wünschenswert ich meine wir haben genug gerade aber ich habe mir gerade ein bisschen lila geholt von dem damit ich ein bisschen vorankomme wieder es reicht erstmal wieder müssen sich die ganze zeit tauschen im prinzip stellen wir alles selber her so alles abgebaut sehr schöner können wir hier hinten die reihe mal den stein machen vor der nächste angriff kommt es braucht alles ein bisschen zeit bis wir das alles umgerüstet haben und so werden noch mehr leute ich würde mir als nächstes glaube ich die kompositbögen machen es ist vielleicht gar nicht so verkehrt und eigentlich könnte ich auch einen steil bauen also ausbauen zumindest und die sind ja schon ein stein aber hier habe ich ja noch drei stück damit wir noch ein bisschen mehr platz damit wir ein paar mehr kühe nehmen können was habe ich die karren eingestellt 15 das ist aber weit entfernt von 15 so dann ist jetzt auch schon die wand fertig und das jahr nähert sich wieder dem ende ich weiß gar nicht warum hier nichts wächst genau hier wächst überhaupt gar nicht sie wachsen ganze bäume drumherum ich weiß auch nicht aber na gut ich könnte später benutzen für die gedenkstätte oder so könnten wir eigentlich machen ich sagen ist der eine jetzt da der mega leech ich hatte doch gerade ist ein btf ich hatte gerade erst einen reiberangriff ich schwöre das ist nicht mal fünf minuten her ja kurz bevor ich die aufnahme gestattet habe hier wer drin ist ist drin und wer nicht hat es jetzt pech so wird der überlebt da ist schon wieder so wurde ich auch zweimal von der seite hier angegriffen naja zumindest bringen die uns ein paar speeren mit ist ja ganz nett von denen also eigentlich sollten wir waffen mäßig ganz gut aufgestellt sein wir haben ziemlich von tanninen verbrauch tatsächlich und da haben wir nicht genug staff um tanninen zu holen ich weiß nicht ob ich noch mehr aufgaben stellen soll für tanninen hier ist halt kaum partner so ein bisschen mehr was macht der hier sammeln so ein paar eise würde ich eventuell noch nehmen das sind wölfe hin und ein eser aber ohne kind stein können wir hier mal als aufgabe setzen das ist automatische speichern nochmal ne was randet hier hinten rum können wir mal den bären schnuppen waren davon so viele bären ja ich weiß halt nicht doch könnte ich eigentlich machen schicken die mal jagen schicken die mal jagen ein bisschen fleisch holen so Nummer eins jetzt müsste ja eigentlich gleich eine Masse an leuten kommen so die jetzt hier unsere bärenfamilie machen glaube ich die irgendwo bitte mach das jetzt nicht alleine das ist klar und das down ach so war ein altes weibchen war ziemlich gut ey so so haben wir ein bisschen fleisch geholt ähm warte mal wie viele hunde haben wir denn sieben hm die fehlt uns wahrscheinlich wieder über Leder würde ich sagen ich weiß halt auch nicht wo ich die noch überall hinschicken soll um Tannin zu holen so so spät haben wir auch schon 30 Stück weil die uns immer mitgebracht werden oha das wäre grad mehr als vier bei mir als vier habe ich doch auch noch nie gesehen dann kommt da jetzt der Däumen rein von Bär umgebracht DTF äh was denn passiert wo wurden die denn jetzt angegriffen das passiert doch sonst nie so da liegt jetzt der zweite und dann müssen wir noch den einen ich weiß nicht mehr wo ich den letzten Auftrag gegeben habe ich glaube irgendwo hier hinten warte ich muss an blauen Punkten gucken das soll das nicht abgebaut irgendwo war ja noch einer zum Transport fertig zu machen aber wo habe ich den das ist jetzt eine gute Frage was ist das hier ne 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 diese laufen ja gerade keine rum ne schade wo habe ich denn den ach hier hinten das hier oder ne die sind auch dann so blau wenn man die schon mal angeklickt hat wo habe ich die denn oder oder war der hier hinten irgendwo ach ja da so dann können sie den nämlich auch noch holen dann haben wir den zweiten Dolmen auch fertig sehr sehr gut das ist gleich erntezeit wenn erntezeit vorbei ist würde ich weiter die Mauer bauen es geht halt jetzt echt nur Stück für Stück die ganze Zeit leider aber na gut da machst du nix machst du da nix gar nix ich werde ja von erreichen eigentlich soweit erstmal ich schaue halt dass ich Tannin überall her bekomme wo es nur geht wird man hier schon mal auf Gemeinschaftshaus verbessern damit wir ein paar mehr Leute sind und unser Flex ist beeinflusst eigentlich wäre noch ein Feld gut ne nochmal gucken so ein Wicket sieht sowieso immer anders als ich es plane von daher mache ich mir jetzt gar nicht so den Kopf ich würde das Tannin nehmen ansonsten nix eigentlich aber Leder haben wir eigentlich genug von daher ist hier eine Bären von mir warte mal da war ja nicht irgendwo noch Schweine gerade ich dachte das sind unsere Schweine ähm ne ich versuche halt überall Tannin abzubauen ne weil wir das echt brauchen momentan das ist gut nervig und ich habe komischerweise in dem Spielstand habe ich äh ein anderes Problem jetzt hier aus achja ja Pferd wurde vom Platz getroffen mhm natürlich gut wenn die das gleich fertig haben dann machen wir das jetzt nächstes den Stein wahrscheinlich werden wir gleich angegriffen machen wir mal gut eigentlich sollte das ganze fix klappen hier was habe ich die Brennöfen dann eingestellt wir machen immer auf 30 hoch solange wir so viel Holz haben durch das abbauen und umbauen ich könnte eigentlich hier vorne was hinsetzen hier hier ich brauche den Platz als für Ressourcen ne gucken wo ich das mache ich weiß noch nicht auf einen Sturm folgt dein Schneesturm ach guck mal hier vorne ist sogar schon zu super sieht es denn aus mit unseren Hacken haben wir auch gut aufgeholt da haben wir schon ein paar Kupferhaken hier in der Zeit kann ich denn schon Schilder herstellen das braucht alles Leder ne aber woher nehmen wenn wir nicht stehlen so das Stückchen haben wir schon mal von dem Ganzen und rein neue Menschen mehr getreten sehr nice achso ja unser Haus ist fertig wie können wir jetzt? 82 sehr gut achso und den Stall sollte ich mal in Auftrag geben dass wir ein bisschen mehr Luft nach oben haben zumindestens haben wir dadurch genug Holz erstmal so schnell zumachen immer so in kleinen Schritten weil irgendwie kommen doch ziemlich oft Räuber ich hab das Gefühl dass es im schweren Modus immer irgendwie so in zwei Wellen kommt da ist einmal ein Räuberangriff und dann später nochmal ein Räuberangriff und dann hast du jetzt aber wieder 10 Minuten Ruhe gefühlt zumindest so ist so dann noch ein Steinchen da rein bitte und dann ist hier zu naja irgendwie noch nicht richtig und die hab ich gar nicht gesehen oh Gott so oh Flüge sollten wir auch mal dringend in Auftrag geben sehe ich gerade scheiße sonst können wir nämlich Kühe haben so viel wie wir wollen aber keine Flüge haben haben wir ein Problem leider leider was mit dem Leder nervt mich jetzt aber haben wir genug zum herstellen hatte ich schon hm warte mal ist wird viel gemacht aus getrockneter Haut ne aus der Kuhnhaut er meint ich genug äh leider hat die kein Leder dabei schade wir müssen uns jetzt wieder mit Hand machen weil uns die Flüge fehlen gerade wobei die ja zum Glück nur Leinen brauchen und keine kein Leder also schnell 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 haben wir wieder ein paar Hunde bekommen ja ein ähm so ja langsam geht das doch voran hier Stück für Stück und ein neues Glück schauen wir das noch hier rechtzeitig so ja genau weil ich ja sowieso schon so Probleme habe mit diesen Kackgeseln ja gehörst du zu uns? warte warte nee ne nehmen wir mit ne nehmen wir mit so schnell mal ein paar Esel wir haben nur noch neun Stück schau so schau so sind wir elf äh warte 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 da ist nur einer dabei achso hör woher denn denn komm zurück du bist für uns du bist schon geziemt du bist auch schon und da okay gut gerade auf zwölf hoch gebuckelt direkt drei Esel gestorben ei 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 naja so Felder haben wir glaube ich alle geschafft ich würde direkt noch ein paar mehr Flüge in Auftrag geben dann sind die einfach schon mal fertig so ich würde jetzt mal kurz warten mit dem ausbauen weil bestimmt gleich ein Angriff kommt ich gucke schon die ganze Zeit manchmal siehst du die Räuber ja vorher schon gibt es hier irgendwo Esel Pferde Pferde jetzt gibt es wieder Pferde ohne Ende ne weil wir so viele Pferde haben ohne Kind scheiße so sind wir jetzt unser 1er Megalit jetzt auch transportbereit super viel Kupfer hier ne da ja der gehört aber zu kannst du mal in die Base gehen bitte ich komme noch aus Versehen auf Schlachten eh mhm mhm da rennt aber auch nichts rum ne da kommt unser Megalit dann haben wir den Dolmen können wir mal gucken ähm ich finde der Hinkestand ziemlich hässlich ich finde die Stadt rum ein bisschen besser muss ich sagen aber sonst haben wir da grad sonst nichts weiter so du hast mhm eher nichts dabei für uns so ich würde jetzt Kompositbögen umschwenken hier dann mache ich das weg und nehme das hier dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Haut wieder ja obwohl ne halt war doch richtig was mach ich denn da so Komposit haben wir eigentlich schon welche ja wir haben sogar richtig viele warte mal endlich so wir haben jetzt 16 Flügeln äh Söder werden dann als nächstes glaube ich braucht nie für die Metall ich überlege gerade da brauchten die Metall und ich glaube nicht ha mhm die Isel vermehrt sich auch nicht wirklich ne die sind ja richtig faul was so Fortpflanzungen angeht. Vieh haben wir genug. Ich würde halt jetzt... Achso, genau, siehst du. Schaffen wir das noch? Vielleicht vergessen wollte ich doch einen Auftrag geben. Den komischen Stall hier. Hier ist soweit alles zu. Tut wahrscheinlich dann... Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch im Herbst. Hier sind echt super viele Pferde, ne? Ich weiß halt auch nicht, ob das Sinn macht. Vielleicht habt ihr ja die Erfahrung. Wenn ich so eine Vierergruppe Esel finde und die haben ein Kind dabei, ob ich das Kind dann einfach da belaste, damit die sich dann fortpflanzen. Oder macht das keinen Unterschied, ob ich die fange? Oder ob ich die bei der Gruppe lasse. Damit sie es... Hier, weil wenn ich die nicht fange, dann kommt direkt so Horten. Und dann liegt das darum, dass Esel einfach mehr Kinder haben bekommen als Esel. Schon wieder aus der Ecke hier. Okay, dann muss ich mir was einfallen lassen. Das dritte Mal hintereinander. Schnurren, schnell zu. Ja, das musste jetzt hier wieder sein. Ähm, so, ein Türchen. Und ein Türmchen. So. Na gut. Hat sich jetzt zwar ein bisschen gezogen hier, aber, mein Gott. Liegt ja noch genug rum. So. Jetzt haben wir natürlich nicht genug Platz für unsere Tiere, oder? Ach doch, haben wir doch... Was ist hier los? Womit sterben unsere Schafe? Wir lassen jetzt mal Stellen, Stein machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was ist das? Woi los! Oh, das geht's! Oh. Woi los! Yeah.